Ein unhaltbarer Schuss. Wir sehen es. Fehler von Kulowicz. Aufhauser, Zicke, aber auch der verliert eigentlich das Duell wieder gegen Kulowicz. Und dann haut der drauf und der Ball ist genau, wie unsere deutschen Kollegen sagen, im Winkel, im Kreuzeck. Unhaltbar für Helge Peier. Exakter geht es nicht. Und damit führt Salzburg. Gegen Rapid mit 1 zu 0. Steinhofer hat ja schon im Pokal im Vorjahr sein erstes Tor für Salzburg in einem Pflichtspiel.